Hallo und Willkommen bei Matze baut was, dem Kanal für Modellbau und Elektronik mit der freundlichen Stimme aus dem OFF. Aufbau eines U-Boot Modells Teil 2 der Kolbentank In diesem Video zeige ich euch, wie der Kolbentank aufgebaut wird und wie er funktioniert. Bei dem von mir verwendeten Tauchsystem handelt es sich um einen sogenannten Kolbentank und das hier sind die Teile zum Antrieb des Kolbens. Ich schraube hier gerade die Schaltereinheit zusammen. Die dient dazu festzustellen, ob sich der Kolben in einer der Endstellungen befindet, das heißt komplett gelänzt oder komplett geflutet. Ich benutze hier Mikroschalter mit Umschaltkontakten. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, zum Beispiel mit Hebel oder mit Druckknopf. Wenn der Kolbentank komplett geflutet ist, gebe ich diese Information mit diesem Stößel an den Schalter mit dem Druckknopf weiter. Dadurch weiß die Tauchtank-Elektronik, dass sie den Motor jetzt anhalten muss. Genauso gibt der andere Schalter die Information weiter, dass der Kolbentank komplett gelänzt ist. Der Halter, auf den ich die Schalter montiere, ist aus PVC-U. Und die Platte, auf den ich den Halter montiere, ist wieder aus 1,5 mm starken GFK-Material. Dieser Getriebemotor liefert bei 12 Volt ca. 300 Umdrehungen pro Minute. Mit den beiden Zahnrädern im Hintergrund reduziere ich diese Drehzahl nochmal auf 150 Umdrehungen pro Minute. In das große Zahnrad habe ich in die Mitte ein M8er Gewinde geschnitten. Das hat eine Steigung von 1,25 mm. Damit komme ich auf eine Kolbenverfahrgeschwindigkeit von ca. 3 mm pro Sekunde. Diese Leiterplatte hat mehrere Funktionen im Kolbentank. Zum einen dient sie dazu, alle Informationen an die Tauchtank-Elektronik weiterzugeben. Das heißt zum einen die Schalterstellungen, zum anderen werden die Umdrehungen des großen Zahnrades registriert. Das passiert mithilfe eines Hall-Sensors. Ein Hall-Sensor ist ein elektronisches Bauteil, das Magnetfelder registrieren kann. Die Kabel, die ich hier durch die PVC-Platte durchfädele, verbinden die Mikroschalter mit der Leiterplatte. Die zweite Funktion der Leiterplatte kann man erkennen, sobald sie an ihre richtige Position gebracht ist. Und zwar muss sie das Kugellager in seinem Sitz fixieren. Wenn der Kolbentank gelänzt oder geflutet wird, entstehen Kräfte an diesem Kugellager. Beim Lenzen wird es in seinen Lagersitz gedrückt und alles ist im grünen Bereich. Beim Fluten jedoch wird es aus seinem Lagersitz herausgezogen. Und das muss unter allen Umständen verhindert werden. Das genau macht die Leiterplatte. Hier sieht man die kleinen Magneten, die in das Zahnrad eingelassen sind, damit der Hall-Sensor die Umdrehung registrieren kann. Und mit diesem Distanzring aus Teflon wird der richtige Abstand zwischen Zahnrad und Hall-Sensor sichergestellt. Auf das Zahnrad wirken die gleichen Kräfte wie auf das Kugellager. Deshalb muss auch dieses gegen herausziehen gesichert werden. Das ist die Aufgabe dieser Scheibe hier. Um die beiden Baugruppen zu verbinden, muss ich die Schalterkabel noch durchfädeln. Und mit drei Edelstahlschrauben fixieren. Hier prüfe ich noch, ob der Schalterstößel freigängig ist. Notfalls müsste ich die beiden Platten noch mal gegeneinander ein bisschen verschieben. Der Stößel wird mit einer Feder in seiner Ausgangslage gehalten und hier schraube ich noch eine selbstsichernde Mutter auf. Jetzt wird noch das Ritzel auf die Motorwelle montiert. Da ich auf keinen Fall möchte, dass sich das Ritzel von der Motorwelle löst, benutze ich hier Schraubensicherung für die Madenschraube, die das Ritzel fest macht. Hier trimme ich die Schalteranschlusskabel auf die korrekte Länge. Dann werden die Kabelenden abisoliert. Und verzinnt. Auch die Schalterkontakte müssen verzinnt werden, damit das Löten vernünftig funktioniert. Mal sehen, ob alles funktioniert. Zum Testen schließe ich die Steuerelektronik für den Tauchtank an und versorge den Motor. Sieht gut aus. Keine unangenehmen Geräusche vom Getriebe und die LED blinkt im Rhythmus, wie die Magneten an dem Hallsensor vorbeikommen. Das hier ist die Gewindestange zum Antrieb des Kolbens. Die habe ich auf einer Seite abgerundet und auf der anderen Seite flach abgedreht. Auf die flach abgedrehte Seite drehe ich schon mal diese Messingmutter auf. Der Kolben ist zum Abdichten mit einem O-Ring versehen. Unter dem Dom im Kolben ist ein Gewinde aus Messing eingelassen. Da kann die Gewindestange jetzt eingedreht und mit der Messingmutter gekontert werden. Hier setze ich den Kolben in die Antriebseinheit ein. Und hier kann man sehen, wie die Gewindestange einen der Endschalter betätigt. Und hier wird der zweite Schalter durch den Kolben ausgelöst. Aus diesen Teilen baue ich den hinteren Verschluss des Kolbentanks. Die hintere Deckelplatte hat eine Mulde genau da, wo der Dom vom Kolben ist. Damit möchte ich erreichen, dass möglichst wenig Wasser im Kolbentank bleibt, wenn er komplett gelänzt ist. Die GFK-Platte wird auf die PVC-U-Platte geschraubt. Das hier ist ein 90 Grad Winkeladapter. Hinter der Deckelplatte des Kauchtanks ist nur wenig Platz im Boot. Deswegen möchte ich den Schlauchanschluss gewinkelt anbringen. Dass der Schlauchanschluss nach dem Einschrauben in die richtige Richtung zeigt, ist kein Zufall. Ich hatte das halbfertig gestellte Winkelstück schon mal eingeschraubt und mir dann die richtige Richtung markiert. Hier sieht man den Zylinder. Der ist aus 80 mm Alu-Ohr. Innen habe ich schon mal Fett zur Schmierung des Kolben-O-Rings verteilt. Den Kolben setze ich schräg ein, damit das Fett, was ich hier vorne verteilt habe, auch auf dieser Seite bleibt. So habe ich dann Fett auf beiden Seiten des O-Rings. Die sechs Schrauben, die ich hier montiere, müssen die komplette Kraft aufnehmen, die durch den Druck im Kolben entstehen. Ja, die Zeit ist gekommen, um den nächsten Test durchzuführen. Zunächst mal komplett lenzen. Und dann wieder fluten. Interessant finde ich, wie sich das Fett beim Verfahren des Kolbens auf der Zylinderwand verteilt. Wenn komplett geflutet ist, wird der Endschalter betätigt. Nachdem ich die Endplatte montiert habe, ist der Kolbentag fertiggestellt. Jetzt kann endlich ein Test mit richtigem Wasser erfolgen. Nicht wundern, das Video läuft hier mit fünffacher Geschwindigkeit. In dem Messbecher sind ca. 800 Milliliter Wasser. Theoretisch fasst der Tauchtank 725 Milliliter. Auch das Lenzen wird hier wieder im Zeitraffer dargestellt. Sieht gut aus. Test bestanden. Der Montage ins Technikgerüst steht nichts mehr im Wege. Natürlich benutze ich hier wieder meinen Dremeltrick. Während ich hier so vor mich hinschraube, erkläre ich mal, wie der Tauchtank im Boot genau funktioniert. Wenn das Boot aufgetaucht ist, befindet sich der Kolben hier im Bild ganz rechts. Auf der linken Seite des Kolbens ist Luft. Jetzt wird der Kolben nach links bewegt. Die rechte Seite des Kolbens ist ja über Schläuche mit dem Wasser verbunden, in dem das Boot fährt. Dadurch füllt sich diese Seite des Kolbens mit Wasser. Die Luft auf der linken Seite des Kolbens wird in den Druckkörper des Bootes gedrückt. Dadurch entsteht zwar ein Überdruck im Inneren des Druckkörpers, das ist aber von Vorteil. Gleichzeitig wurde jetzt aber die Luft im Kolbentank durch Wasser ersetzt. Dadurch erhöht sich das spezifische Gewicht des gesamten Bootes. Es taucht jetzt ab. Zum Auftauchen muss ich den Kolben nur wieder nach rechts bewegen. Das Wasser wird aus dem Boot gedrückt. Es wird dadurch leichter und taucht wieder auf. So, das war's für diesmal. Beim nächsten Mal baue ich die elektrischen Komponenten in das Technikgerüst ein und erkläre euch, wozu sie dienen und wie sie funktionieren. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Matze sagt wieder Tschüss. Jetzt kannst du dich selber auch zu helfen. So, ich habe auch das Ding auf den Test salyers Cast auf den conversion. Ohin viel auf den kann.